Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge Pokémon Rejovination. Wir stehen hier am Hafen, an dem wir eigentlich mit einem schönen Kreuzfahrtschiff ankommen sollten. Aber die Dinge sind eskaliert und es ist nicht so gelaufen wie geplant. Ihr habt sicher alle die erste Folge gesehen. Jaja, Leute. Es hat spannend angefangen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich würde sagen, wir speichern jetzt erstmal das Spiel. Und schauen, was Fiaro möchte. Das hat uns schließlich vom Schiff gerettet und vor diesen Gangstern oder was auch immer das war. Ja, ich vermute, dass der Besitzer... Oh, Mann. Oh, Gott sei Dank. Ich habe wenigstens eine Person retten können. Miri erklärt, was passiert ist. Ich verstehe. Das ist ja eine schreckliche Geschichte. Ich bin so... Es tut mir so leid, dass du das durchmachen musstest. Ich war auf meinem Weg nach Ost... Äh... Giren aus Teratschuma, als ich den Hilferuf gehört habe. Fiaro und ich haben uns auf den Weg zum Ort gemacht, so schnell es geht und nun... Oh, tut mir leid. Ich habe mich gar nicht richtig vorgestellt. Mein Name ist Tesla. Tesla von Brand. Ich komme von einer tropischen Insel... Äh... Von der tropischen Insel von Avium. Und das ist Teratschuma Island. Es ist mir eine Ehre, dich zu treffen. Wie heißt du? Dein Name ist Miri? Ein wunderschöner Name. Nun, da wir das aus dem Weg geräumt haben, ich möchte sagen, dass ich mir an deiner Stelle keine Sorgen... Äh... Um deine Mutter machen... Äh, was? Ich würde mir Sorgen um deine Mutter machen. Was sagt sie? So. Es sieht so aus, als hätte die Gruppe... Äh... Das Schiff war attackiert, die sich Team Xen nennt. Sie sind eine kriminelle Organisation, die ganz plötzlich in Avium aufgetaucht ist. Okay, also muss ich mir keine Sorgen machen, hat sie das doch gesagt. Ich war mir gerade den Kuss nicht sicher. Aber sie sind normalerweise inkompetent oder nicht so aktiv. Deswegen bin ich so verwirrt. Ich glaube, das ist ihr erster echter Angriff. Oh, aber das bedeutet, du bist jetzt ganz allein, nicht wahr? Was planst du jetzt? Zu dem Labor gehen. Das ist eine wunderbare Idee. Okay, du bekommst dort vielleicht dein eigenes Pokémon. Du brauchst eins, wenn du durch Avium reisen möchtest. Ich denke, ich werde zur Unglücksstelle gehen und sehen, ob ich noch mehr Überlebende finde. Ich bin ein... Äh, ich glaube daran, dass alles aus einem Grund passiert. Die Dinge werden gut laufen, wenn du nur geduldig bist. Wir sehen uns bald wieder, Miri. Äh... Machst du bitte den Weg frei? Volle Kraft voraus. Fiaro, Rückenwind. Oh, cool. Cool die Attacke eingesetzt. So, ich finde es gut, dass wir einfach schon eine Dreiviertelstunde gespielt haben und natürlich mal ein eigenes Pokémon haben. Das Terminal. Okay. Warum ist hier keine Musik? Das ist so unheimlich. Bitte komm hier nicht lang. Ich füttere die Pokémon. Okay. Du bist neu hier, Kind? Alles okay? Warum das lange Gesicht? Wie auch immer. Äh, Giren City ist direkt vor uns. Was ist das? Ah ja, okay. Gibt es hier noch was, was ich sehen könnte? Oh, ein grünes Schiff. Wie ein Shiny Toheido. Ist doch Shiny Toheido die Farbe, oder? Bist du müde eines langweiligen Lebens? Okay. Oh nein, ich hätte... Ich hab's verkackt. Okay. Ost, Giren City ist ein perfekter Ort für neue Trainer. Die Stadt ist voller schwacher Pokémon, die es Anfängern einfach machen. Hast du schon von Teratschuma Island gehört? Okay, äh... Tropische Pokémon. Was ist das für komische Straßen? Sie bewegt sich. Das ist ja unheimlich. Bereite dich auf einen Kamm... Warte, du hast gar kein Pokémon. Du kannst hier nicht langen, wenn du keine Pokémon hast. Okay, dann werde ich schon mal geschickt, wo ich hin muss. Hier ist das Labor. Na dann, gucken wir uns an, was man für Pokémon bekommt. Ah, du bist Miri. Oh man. Warum hast du so lange gebraucht, um herzukommen? Ich dachte schon, äh, du hättest mich im Stich gelassen. Nun, dann können wir jetzt anfangen. Meine Mutter, Schiffsunglück. Okay. Äh, ich hab die neue hier dabei. Hier entlang, Miri. Hey, Amanda? Oh, oh. Wo warst du? Ich hab, äh, seit Wochen versucht, äh, dich zu erreichen. Warum hast du dich nicht gemeldet? Und der Hut ist neu. Hast du ihn, äh, gekauft, als du in, äh, Grand Dream City warst? Äh, wofür hat er die abgeholt? Oh, weißt du, ich, äh, war beschäftigt und so. Äh, ich, äh, ja, ich hab diesen Hut, äh, 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 bei GDC gekauft. Stylish, nicht wahr? Nun, während du damit beschäftigt warst, zu shoppen, hab ich unser Projekt beendet. Ähm, du musst es für mich zu Zumi bringen. Sie ist gerade in der Magnolia Bibliothek. Oh, weißt du, ich würde es, aber ich bin mit Miri beschäftigt. Ein weiterer neuer Trainer? Okay. Ja, Miri, das hier ist Jan. Jan, das ist Miri. Schön, dich zu treffen. Miri, ich bin Amandas Bruder. Oh, stimmt, die sehen sich ja ähnlich. Okay. Ja, mein Bruder hier, äh, managt die Liga zusammen mit mir. Wenn du mit zusammen managen meinst, Jan macht die ganze Arbeit, während Amanda draußen spielt, ja, dann machen wir das zusammen. Aber du weißt besser, äh, äh, dass ich besser mit, äh, mit, äh, solchem Zeug bin. Dass ich besser mit solchem Zeug bin, ja. Außerdem bist du besser mit dem Papierkram. Um ehrlich zu sein. Es ist doch eine, äh, gute Idee, äh, was? Es ist doch keine gute Idee, mich, äh, hier drin zu halten mit den ganzen Dokumenten für die Liga. Ich denke, du hast recht. Äh, wenn ich dich damit, äh, allein gelassen hätte, dann hättest du dafür gesorgt, dass alles niedergebrannt wird. Wie auch immer. Da du das nicht für mich überbringen willst, mache ich das eben selbst. Okay. Mach das. Äh, bis später dann, ihr zwei. Okay, weiter geht's. Wir treffen uns im richtigen Labor, okay? Was willst du? Red mit mir nicht, okay? Ich möchte dich nicht in meiner Nähe. Ich sag dir, geh weg. Oh, sorry. Ich hab's eilig. Bitte entschuldige mich. Ja, ich hab heute einen echt guten Tag. Hier entlang. Und über allem, sorge dafür, dass alles bereit ist. Ich verspreche dir, dass die Dinge bereits in Bewegung sind. Okay. Professor Chenna, ich hab dir neuen Trainer gebracht, wie sie wollten. Ähm, oh, oh, Amanda, ich dachte nicht, dass du so schnell hierher kommst. So schnell? Eigentlich sind wir zu spät, Professor. Wie auch immer, willkommen in meinem Labor, Miri. Danke. Ich bin der Hauptwissenschaftler hier in den Laboren. Ich wurde von Jan und Sumi Professor. Ähm, Sie machen immer diese ewig lange Vorstellung. Ähm, ich denke, du hast recht. Na dann, bitte, Nemiri und helf ihr zu wählen. Oh man, das ist der beste Teil. Los geht's. Oh nein, kann ich auch so viele Pokémon wählen, das überfordert mich. Okay, wir haben hier einiges für dich, aus dem du wählen kannst. Äh, ich werde nicht zu viel erklären. Ich denke, es ist besser, wenn du alles selbst erkundest. Oh, und keine Sorge. Ähm, wir wissen schon, dass du dich wahrscheinlich schwer entscheiden kannst. Wenn du dich nicht für ein Pokémon entscheiden kannst, dann kannst du es dem Schicksal überlassen und dem Zufall. Witzig. Viel Glück. Oh wow, ist das schwierig. Oh Leute, das ist viel zu groß, die Auswahl. Mit was fängt man am besten an? Ich finde ja, das ist, äh, ein cooles Pokémon. Ich liebe ja Reptain, aber, beziehungsweise Gaber, Reptain wird's ja jetzt später. Aber ist auch nicht so praktisch, aber so Flug und Pflanze für den Anfang finde ich nicht schlecht. Das muss man sagen, Flug und Pflanze, es wird ja später, es verliert ja ja leider den, äh, Flugtyp, was schade ist. Ähm, was haben wir hier von den Feuer-Pokémon? Muss ich ehrlich sagen, kann ich mir keins vorstellen. Wasser-Pokémon. Hydropi ist immer eine gute Wahl. Froxy finde ich, das Otaro belästigt mich. Dich nehme ich ganz sicher nicht so aufdringlich, wie du bist. Was finde ich, dass ich, 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 oh mein Gott. Hm, oh nein, da hinten, das macht das mit Absicht. Es macht das voll mit Absicht, was ist los mit Otaro. Nein, ich nehme dich nicht, du belästigst mich. Hm, Froxy ist halt vor allem mit seiner Fähigkeit cool. Wasser und Licht später ist halt auch nicht schlecht. Ich überlege echt, ob ich die Eule nehme, weil ich die eigentlich ganz cool fühle. Das ist Otaro, ne? Sorry, aber Atmo rein, nein, danke. Sumpax ist immer eine coole Wahl. Aber es gibt später sicher richtig viele coole Wasser- oder Boden-Pokémon, die, äh, ich lieber nehme, weil meistens ist es so. Aber so binde ich mich an Pflanzen-Pokémon. Aber Pflanze ist auch nicht schlecht. Gerade wenn ich Pflanzeflug am Anfang habe, oh, das war doch groß, endlich fertig. Ich glaube, ich möchte die Eule heute dabei haben. Ich habe Lust da drauf. Ja. Okay. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wen ihr genommen hättet. Es ist einfach weiblich. Wie hoch sind die Chancen? So. Sehr schön. Wir sind fertig. Oh ja, das ist eine gute Wahl, Miri. Sieht zumindest so aus. Okay, mal sehen, ob es wirklich eine ist. Und damit meine ich ein Pokémon-Kampf. Natürlich. Keine Sorge, ich werde schwächere Pokémon nehmen, die ich hier im Labor extra dafür genommen habe. Es wäre sonst nicht fair. Also mal sehen, was du hast. Okay. Auf geht's. Okay. Ich bring dir direkt was bei. Wenn du S drückst, kannst du die Pokémon inspizieren, die draußen sind. Okay. Okay, S. Boah, ist das alles kompliziert. Okay, kann ich auf das andere Pokémon? Aha. 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 Boah, okay. Kompliziert, aber okay. Okay. Weiter geht's. du hast keine Chance. Tschüss. Instant Level Up, sehr schön. Du bist wirklich gut. Ja, ich habe die gleiche Attacke gespammt. Oh man, ähm, ich, äh, bin total beeindruckt von dir. Du hast noch einen langen Weg für, vor dir, aber ich weiß, dass du dorthin gelangen wirst. Wie auch immer, das war ein guter Kampf durch und durch. hier ist etwas für deinen Anfang. Ähm, das war alles. Aber Professor Chena, ähm, wird dir sicher, wird dir sicher mehr erklären. Bevor ich gehe, heile ich eben noch dein Pokémon. Oh, dankeschön. Bis später, Miri, und viel Glück auf deiner Reise. Ja, jetzt sind die Pokémon wieder versperrt. Herzlichen Glückwunsch, Miri, deine Reise wird jetzt beginnen. Aber, mal abgesehen davon, habe ich etwas, das ich dich fragen möchte. Es hat mit deiner, Professor Chena, ich bin zurück von meinem Ausflug zur Amethyst-Höhle. Hier sind die Pokémon, die sie mir geliehen haben. Oh, Ren, du bist aber schnell zurück. Ja. Ich habe, äh, alle Pokémon erforscht, wie sie wollten. Ähm, ich habe ihnen gesagt, dass es eine gute Idee ist, mich als Assistenten anzustellen. Oh, und wer ist das, ein neuer Rekrut? Nein, aber ein neuer Trainer. Ha, du bist also ein neuer Trainer. Mein Name ist Ren. Ich bin nicht unbedingt ein neuer Trainer, aber ich habe vor kurzem neu angefangen, also bin ich auch bei dem Level. Ich, äh, bin daran interessiert, wie du dich in einem Kampf schlägst. Also, zeig mir, was du kannst. Rivale? Was hat er denn? Er hat, oh, darüber habe ich nachgedacht. Oha, woher wusste er das? Ah nein, weil das die gleiche Generation ist. Das sind die beiden die gleiche Generation. Ich bin, ich bin verwirrt. Weg damit. Foxy ist cool, aber vor allem mit der Wandlungskunst ist Foxy cool. Aber Bautz ist auch cool. Oh, nicht nochmal ein Level ab. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass ich verliere. Nicht schlecht. Das hast du schon gesagt. Ähm, auch wenn das der erste Kampf mit deinem Pokémon ist, den, das ich, das ich selbst besitze. Professor Chenna leiht mir normalerweise seine Pokémon aus. Also kann ich gefährlichere Dinge erledigen. Ah, wo wir gerade davon reden, ich habe noch was anderes für dich, wenn du bereit bist. Oh, kann ich das vielleicht später nehmen? Ich habe ein paar Freunde versprochen, dass ich mich mit ihnen treffe, wenn ich zurückkomme. Äh, ich denke, du hast erstmal genug getan. Sehr gut. Vielen Dank, Professor. Wir sehen uns morgen wieder. Bis später, Miri. Wir sehen uns sicher bald. Äh, wegen dem persönlichen Gefallen. Ich habe eine Tochter namens Melia. Ich habe sie auf Route 1 geschickt und in den Goldenwood Wald vor einer Weile. Ich glaube, ähm, dass sie sich selbst, auf sich selbst aufpassen kann, aber ich würde mich besser fühlen, wenn jemand nach ihr sehen würde. Natürlich bekommst du dafür auch eine Entschädigung. Bitte nimm hier schon mal diese Vorauszahlung. Ein Pokédex und ein Cybernav. Okay. Äh, wie ein Pokégear. Aha. Stadt und Musik. Äh, Karte und Musik. Ich höre, dass es viele Apps dafür gibt. Also, schau dich mal danach um. Na dann kannst du losgehen. Viel Glück. Cool. Schauen wir uns mal unseren Starter an. Das ist Baloui. Ein Bautz. Level 6. Pflanze. Flug. Okay. Die Angriffe machen keinen Schand. Plus Angriff. Plus physischer Angriff. Na gut. Also mache ich, also kann ich von Statik nicht getroffen werden, bedeutet das, ne? Ja. Und das sind die DV-Welle. Ach, herrje. Ach, herrje. Das ist ja Katastrophe. Ach, du. Ich meine, KP ist wenigstens 28 und Spezialangriff 1 war nicht, aber na gut. So. Ah, Miri. Nach dir habe ich gerade gesucht. Kommst du eben? Es gibt ein paar Dinge, die ich dir zeigen möchte. Okay. Willkommen, Miri. Hier haben wir die ganzen guten Sachen. Es gibt viele, äh, viele nützliche Dinge, die in der Region liegen, ähm, die dir helfen, wenn du sie findest. Beweisstück A. Ein PC-Stern. Er ist wie ein entferntes PC-System. Okay. Das ist wichtig. Das ist ein Arena-Guide-Panel. Wenn du in eine Arena kommst, ziehst du diese. Ähm, benutze sie, um einen speziellen jemanden anzurufen, wenn du Hilfe brauchst. Wenn du eine Arena-Leiter besiegst, funktionieren die nicht mehr. Und zuletzt Stück C. Okay. Das sind Heilsterne. Ein goldener und ein roter. Goldene können so oft benutzt werden, wie du möchtest, aber die roten können nur einmal benutzt werden. Äh, wenn du jemals besiegt wirst, ähm, werden sie sich selbst wieder reaktivieren. Nun, das war alles, was ich dir zeigen wollte. Du kannst die Maschine gern testen, wie du möchtest. Viel Glück da draußen. Okay, goldene und endlich oft rot nur einmal. So, ich hab den roten jetzt kaputt gemacht. Haha, ich hab den roten wirklich kaputt gemacht. Ah, es sieht so aus, als würdest du den Arena Guide ausprobieren. Ähm, ich bin dein Arena Guide während deinem Abenteuer. Okay. Was haben wir hier? Der PC. Ich hab leider keine Pokémon. Na gut. Iris PC. Yay! Der Trank, den man am Anfang immer hat. Natürlich, so gehört sich das in einem guten Pokémon-Spiel. So, sehr schön. Das heißt, wir können jetzt gegen Trainer kämpfen, die fort sind. Hast du von der SS-Oceana gehört? Sie ist noch nicht da. Was? Der Liner verbindet doch Unova. Au, wir kommen aus Unova. Unova und Evium. Sollte der nicht schon vor Stunden ankommen? Ja, einscheinend schon. Ich habe gehört, etwas ist mit Team Xen vorgefallen. Team Xen? Diese wertlose Gruppe von Leuten? Ja, klar. Nein, wirklich. Teams Xen war bisher vielleicht harmlos, aber sie scheinen immer aktiver zu werden. Wenn das wahr ist, dann verschwinde ich. Ich werde nicht in einer Region leben, in der Terroristen rumlaufen. Okay, was ist das? Äh. Mein Trank. Auch wenn er komisch leuchtet. Hier ist ein Pikachu. Wessen Raum ist das? Und was gibt's auf den dritten Ebene? Hi. Warum ist die Musik plötzlich so laut? Hi. Yay. Sie arbeitet hart, damit ihre Familie ein gutes Leben hat. XP Candy. Na cool, die gibt's hier. Warum ist es jetzt so dunkel? Pokéballtechnologie, ja klar. Wir spielen ein kleines Spiel. Ich hab zwei von unseren Prototypen-Pokéballen. Nimm einen rechts. Ein Steam-Ball. Okay, cool. Damit kann man Wasser- und Feuer-Pokémon fangen. Cool. Und einen Super-Ball habe ich auch noch geklaut. Hi. Mein Pokémon wurde in einem Pokéball gefallen, dessen Existenz unter Verschluss ist. Vielleicht hörst du davon bald. Okay. Manchmal höre ich Kratzen, dass von oben kommt. Ich weiß, wir haben ein Ungeziefer-Problem, also ich hoffe, es ist nicht so was. Das Gebäude ist sauber. Ja, sauber. Uh, Geister. Möchtest du kämpfen? Okay. Ich hoffe, wir sind auf einem Level. Oh. Warum kann ich noch keine Flugattacke? Das wäre jetzt wirklich praktisch. so, mit M kann ich vorspulen. Sehr schön. Können wir diesen sehr langweiligen Kampf etwas beschleunigen, weil es nichts anderes einsetzt als Wachstum. Fantastisch. Und Level Up. Superart. Oh. Oh, das ist nicht gut. Okay, ich bin durchgekommen. Okay. Es macht zum Glück nicht viel Schaden. Das Schöne ist, dadurch, dass ich selber Flug bin, jetzt Baloui. Baloui, es ist einfach auch mal genug konfusiert sein. Level 8. Und endlich die Flugattacke, die wir am Anfang des Kampfes gebraucht hätten. Alles klar. Ja, sieht ja sehr interessant aus hier in der Stadt. Du wirst dich ja kämpfen. Sehr cool. Ich darf Baloui nicht überleveln, ne? Sonst hört er gleich nicht mehr auf mich. Das wäre blöd. das muss nicht sein. Oh, Leute. Das ist traurig. Der Rick, das war sehr traurig. Es gibt einen Level-Cap in dieser Region und das ist manchmal ganz schön hart. Wenn du keinen Orden für das nächste Cap hast, wird dein Pokémon nicht mehr weiter XP sammeln. Aber man kann jetzt austricksen, indem man Sonderbonbons benutzt. aber Pokémon über diesem Level-Cap werden dir nicht mehr gehorchen. Wenn dir das jemals passiert, benutze das. Okay, also kann ich gar nicht aus Versehen drüber kommen, weil ich dann kein XP mehr bekomme. Okay. Es entlevel dich. Okay. Das ist sehr interessant. Bist du neu in der Stadt? Ich auch. So, es gibt jetzt zwei Pokémon. sehr schön. Und Meryl. Cool. Was zum... Warum konnte ich ihm keinen Schaden machen? Mit meiner... Mit meiner... Okay. Sorry, dass ich so unfreundlich war. Sehr interessant, sehr interessant. Ich bin schon gespannt, was wir so alles erleben werden. Ich darf nicht nochmal rein zum Heilen. Heilt mich einer von denen? Ich kann aber Zeug kaufen. Cool, dann kann ich jetzt sicher auch irgendwo heilen. Critical Capture, ja, die gibt es ja auch später schon in den richtigen Teilen. Okay. Rituale, okay. Sie benutzen Pokémon, um sie zu opfern, um spirituelle Energie herzustellen. Ist das nicht unheimlich Pokémon als Opfer? Würdest du sowas tun? Äh, wer würde sowas tun? Äh, ich hab mein erstes Pokémon von dem Sensei von Sheridan Village bekommen. Okay. Ich kann ja nirgends heilen, oder? Komm wieder, wenn du einen Orden hast. Okay. Es macht viel mehr Sinn, wenn du einen Orden hast. Ob ich da wieder dran denke, da nochmal hinzugehen? Was? Ah, das kann man aufhören, das ist, äh, okay. Das ist ja witzig, man kann diese Balken, die da entstehen, kann man ausschalten hier, das ist ja witzig. An alles gedacht, an alles gedacht. Sehr schön, wenn es so durchdacht ist. so. Oh, die habe ich nicht gesehen. Obwohl sie rote Haar hat, wie kann man das übersehen? Beeindruckend. Optimist, sie ist ein Optimist, wie schön. Oh. Na, wie optimistisch war das? Ups. Es ist immer noch sehr schnell. Doppelkampf? Nein. Kein Doppelkampf. Okay. West-Girin ist Heimat des Girin Hauptquartier. Da ist das News-Center der Region. Okay, alles, was du im Fernsehen siehst, kommt von dort. Guck mal, die hat Mega- Mega-Steine, oder? Auf dem Plakat. Wie viele Trainer es hier einfach gibt, das ist ja nicht normal. Hi. Entschuldigung, aber das Gebäude gehört Mist-Devil. Was? Warte, was? Sie hat einen starken Trainer, der sie besucht, aber sonst dürfen Besucher nicht reinkommen. Ha. Tut mir leid, aber du bist nicht stark genug. Du sollst nicht da runtergehen. Okay. Ich bin dort runtergegangen und dein Typ hat mein armes Pokémon besiegt. Er war ganz schön stark. Stärker als die neuen Leute hier. Okay. Na dann. Auf geht's, es regnet. Wie schön. Da freut man sich. Ich habe auch ein Vögelchen, ey. Mein Vögelchen ist viel cooler als deines. Ah. Wow, ist das schnell. Wie ist das, dass das schneller ist als Bautz? Okay. Äh, sorry, aber es gibt Zoll für diese Brücke. Geh zurück oder zahl 300. Okay. Wenn, dann müsste ich meine Pokémon halten. Wollen die nicht kämpfen? Ah. Ich sollte nicht weitergehen, weil da ein Typ über der Brücke ist. Und da geht's nach Westen. Ne, dafür sind wir glaube ich noch nicht bereit. Wir gehen nochmal eben heilen. Und dann gehen wir weiter nach rechts anscheinend. Keine Ahnung, wo ich da hinkomme, aber die andere Seite ist ja eindeutig versperrt und möchte nicht, dass ich da durchgehe. dann gehen wir eben hier entlang. Oh. Ja, da sind all die coolen Kinder. Dann gehöre ich da nicht hin. Lacey mit Topsi. Tacklen einfach mal. Oh ja, gecritet. Alles klar. Seht ihr, wie praktisch es ist, dass ich eben Pflanzen- und Flug-Pokémon habe? Sehr praktisch. Ich weiß halt nicht, ob ich zuerst dahin gehen will oder nach oben. Ich bin verwirrt. Ich werde irgendwann stark und habe meine eigene Region. Scheinlich sind anders als in anderen Regionen. Ich frage mich, warum. Könnte es was in der Luft sein? Das weiß ich nicht. Nein, Nidoran. Das ist weggerannt. Traurig. Okay, ich würde aber gerne erstmal ein Stadtteil anzählen, bevor ich weitergehe. Okay, Trainer, die nicht sechs Pokémon haben, äh... Trainer, die nicht sechs Pokémon haben, werden eh nicht was erreichen. Kriege ich dann was, wenn ich nicht mit sechs Pokémon die Liga besiege oder sowas? Okay, er sagt, ich darf den Aufzug nur besiegen, äh, besiegen, wenn ich ihn besiege. Oh, das ist, äh, keine gute Kombination. Okay, anscheinend kann er noch keine Elektro attacken. Ja, Fuxi. 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 So. Ich hab das Pokémon meines Kinds genommen, während er in der Schule war, damit ich mit ihm kämpfen kann. Ich hab noch nie gekämpft, äh, ich wollte es ausprobieren. Nicht schlecht fürs erste Mal, oder? Nun, du kannst den Aufzug jetzt benutzen. Okay. Level 18 ist die erste Arena. dass da 18 Arena sind, ne? Guckt euch diesen Ort für Orden an. Das sieht schon, das sieht schon so irgendwie lächerlich aus. So. Ich soll an einem Projekt arbeiten, aber ich spiel lieber Online-Spiele. Okay. Äh, irgendwas ist sehr seltsam wegen dem, äh, im dritten, äh, Geschoss. Es kommen nachts Geräusche. Du wirst da nicht hingehen. Ich empfehle es dir nicht. Schlechte Idee. Okay. Hallo, Geist? Geist? Oh, guck mal, das ist so ein, das Symbol ist, äh, das Zahnrad der Zeit aus Mystery Dungeon. Ich hab keinen Geist gefunden, aber es ist auch nicht nachts. Na gut. Gucken wir die anderen Stockwerke an. Vielleicht schenkt mir jemand was. Ah ja. Seht ihr? Geschenke. Äh, ich komme aus Goldenleaf Town. Wenn das ein normaler Ort wäre, würde ich dich ja bitten, uns zu besuchen, aber die Leute sind nicht so nett zu besuchern. Äh, die Stadt hat eine schreckliche Vergangenheit. Okay. Ja, guckt euch das an. Geschenke. Hi. Oh. Huch. Jetzt hab ich sie aus Versehen genervt. Ihn. Werner auch immer. Oh. Schön, Regionalform. Und das, vor allem Regionalform, äh, aus der neuesten Generation, ne? Das ist ja sehr faszinierend. Erstauner willst du lernen. Okay. Warum nicht? Kann nicht schaden. Aber ich bin schneller. Also machen wir das mal eben weg. So, ich würde aber sagen, Leute, wir beenden hier die heutige Folge und machen dann morgen weiter. Bis dahin macht es gut und tschüss. leurs Streifen. Willst du miss section. Untertitelung des ZDF, 2020